Der Begriff Big Data umschreibt, dass alles, was wir im Netz tun, digitale Spuren hinterlässt und gespeichert wird. Jeder Einkauf mit der Kreditkarte, jede Google-Anfrage, jeder Tastendruck auf dem Handy, der Aufenthaltsort einer jeden Person mit einem Handy in der Tasche, jeder Like wird gespeichert. Mit einem Like bringen Nutzer soziale Online-Netzwerke wie Twitter und Facebook ihre Unterstützung für etwas zum Ausdruck. Eine Studie mit mehr als 86.000 Facebook-Nutzern sagt folgendes aus. Bereits 70 Likes genügen, um ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen, das mehr über eine Person aussagt, als ihr Freundeskreis über sie weiß. 150 Likes geben mehr Preis, als die eigene Familie weiß. Die Folge. Wer sich Facebook und Co. ausliefert, macht sich selbst berechenbar, manipulierbar und darüber hinaus angreifbar, wenn er als nicht systemkonform eingestuft wird.